Hallo zusammen! Es geht um die Umkehraufgabe. Du siehst, was gleich bleibt. Es bleibt das ist gleich gleich. Umkehrung von plus ist minus. Das bedeutet 2 plus 5 ist 7. Jetzt siehst du schon an den Farben, was gleich bleibt. Die Mitte bleibt gleich, weil bei minus die größte Zahl nach vorne kommt, kommt vorne die 7 hin und hinten die 2. Die Plusaufgabe heißt 2 plus 5 ist 7. Die Umkehraufgabe ist 7 minus 5 gleich 2. Die Aufgabe heißt 5 plus 3 gleich 8. Umkehrung, hier haben wir 3 dazu gezählt, also plus 3. Jetzt Umkehrung, ziehen wir 3 ab, das heißt die große Zahl kommt nach vorne und dies nach hinten. Umkehraufgabe heißt 8 minus 3 ist gleich 5. 3 plus 4 ist gleich 7. Bei der Umkehraufgabe bleibt die Mitte gleich. 7 minus 4 ist gleich 3. Jetzt machen wir es schwer. Jetzt nehmen wir als Aufgabe nicht das Plus, sondern das Minus. Das Gegenteil von Minus ist Plus. 9 minus 4 ist gleich 5. Die Umkehraufgabe ist jetzt Plus. 5 plus 5 plus 4 ist gleich 9. Aufgabe heißt 9 minus 4 ist gleich 5. Die Umkehrung ist Plus, also 5 plus 4 ist gleich 9. Nehmen wir mal die 3 in die Mitte. 8 minus 3 ist gleich 5. Die Umkehrung von Minus ist Plus. Dann heißt die Umkehrung von Minus. Dann heißt die Umkehrung von Minus. Die Umkehrung von Minus ist gleich 8. Die 1 in der Mitte bleibt gleich 7 minus 1 ist gleich 6. Dann heißt die Umkehrung von Minus. Dann heißt die Umkehrung von Minus. Das Minus wird Plus. 6 plus 1 ist gleich 7. Tschüss!